Weißt du, wie man bei, bei, äh, warte, ich hab mir letztens das Lightning runtergeladen auf dem Computer, weil ich hatte es vorher nur als App, und ich konnte irgendwie meine Bilder nicht reinladen, aber stand auch, dass es Cloud-basiert ist, wie bekomme ich da meine eigenen Bilder rein? Oh, Leute, man muss schon mal sagen. Hoho, das schmeckt aber so lecker hier. Ich hab nicht gecheckt, wie ich das da, aber ich dachte, am Laptop kann ich das da sehen. Hinter dir. Ich bin im Zeitraum. Oh! Oh Gott. Alter. Der Pferd hat mich einfach umgefahren. Ah, ich wollte wiederbelebt, ja. Was ist das denn? Junge, wirklich, nein, Digger, wie stirb ich denn? Mein Digger! Ich, wirklich, ich lauf aus dem Haus raus. Jetzt hab ich zwei Pferde ausgeschaltet, in kürzester Zeit. Ich werde einfach überfahren. Nee, wirklich, ich... Ich spawne hinter ihm und krieg direkt den Rücken von oben. Wir haben Einsatzzeilen. Wir haben Einsatzzeilen. Boah, Leute, Niklas, neben dir hat sich keiner hingelegt. What the fuck? Nein, nicht gesehen. Nein, du rollst den Berg runter. Bleib hier, Niklas! Bleib doch hier! Oh, nein! Bleib diese scheiße Pistel, ey. Warum sind wir noch nicht bei B? Alter, das war ja so ein End. Ganz hinten liegt einer. Alex! Wir können ja durch. Okay, jetzt, jetzt. Wir fünf Mann. Direkt rein. Kein Gedanke rein. Moment, die liegen da auf dem Baum, die Assis. Rein! Junge, Shotgun, der wechselt zur Panzerbüchse. Wirklich, Alter. Deinstallier einfach. Junge, die Hand. Anders Panzer lebt immer noch. Ja, ja. Genau am Start. Junge, ich sehe ja gar nichts. Ich weiß. Oh Gott. Fahr, Junge. Fahr doch. Ich mache Drive-By. Ich bin tot. Erobert Einsatzziel Emil. Oh, ey. Wie, als ob. Oh, Junge. Junge, ich habe nicht eingekillt. Junge, wollt ihr mich farsch? Das Pferd ist so kacke. Junge, jetzt bin ich hier eingeparkt. Ey, Junge, ich kann das sein. Junge, ich bin locker durch zehn Leute geritten und habe einen Kill geholt. Das ist wohl einfach schlecht. Junge, die haben drei Pferde. Das ist zehn. Alter. Alter. Alter, das kann ich nicht. Oh, man, dieses Brötchen hat es irgendwie nicht getan. Oh, Headshot, ey. Äh, was? Oh mein Gott, oh. Hallo, Arno. Filmen setze ich auch nicht mehr auf. Dann verpricht mich nicht. Das ist gut. Wenn dann ein Pferd jetzt kommt, das explodiert einfach. Alter. Warum ist das hochgegangen? Junge, 99 habe ich den gegeben. Oh, die scheißen Alper da. Junge, ich markiere die. Mein Slipper schießt einfach. Oh, Mann, ey. Blende, blende, blende. Der Gegner ist an mir vorbeigelaufen. Der hat mich nicht gesehen, weil ich lag. What the fuck? Let's go! Outro 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 Outro